Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute am Donnerstag, dem 14. April. Schauen wir kurz nach gestern, auf den gestrigen Börsentag zurück. Es war ein positiver Tag und zwar auf breiter Front. Die wichtigen europäischen Indizes großflächig im Plus und auch in den USA eher positive Vorzeichen, allerdings im Dow Jones und im Nasdaq nur ganz minimal im Plus. Der Index oder der jeweilige Index dann per Schlusskurs im Nasdaq war das Plus etwas stärker ausgeprägt mit 0,61 Prozent. Im europäischen Kontext konnte gestern der DAX positiv herausragen mit plus 1,06 Prozent. Damit zeigte der deutsche Leitindex relative Stärke, was auch ein Stück weit Appetit macht auf mehr. Kommen wir aber nochmal zu den USA. Ich hatte es gestern schon angekündigt an dieser Stelle. Für gestern stand an der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank, das sogenannte Beige Book. Und hier war zu vernehmen, dass die Konjunkturlage sich seit März noch weiter verbessert habe. Allerdings gab es auch ein wenig kritische oder vorsichtige Töne in diesem Konjunkturbericht, in diesem schriftlichen Konjunkturbericht über die steigenden Rohstoffpreise beziehungsweise die Auswirkungen dieser Rohstoffpreise auf die Preisentwicklung. Außerdem war gestern ein Thema, die einzelne Handelsumsatzentwicklung in den USA. Hier gab es ein Plus von 0,4 Prozent. Ein etwas gebremster Wert durch die Autoverkäufe, wenn man dies außen vor lässt, dann hätte es sich ein Plus geben von 0,8 Prozent. Ja und außerdem hat Obama, der amerikanische Präsident, sich gestern zu Wort gemeldet mit einer Rede. Es ging unter anderem auch um ein Sparprogramm über zwölf Jahre im Volumen von vier Billionen Dollar, also ein substanzielles Sparprogramm. Knackpunkt in dieser Betrachtung dürfte sein, ob man die Steuern erhöht oder nicht. Wenn Obama das ernsthaft anstrebt, dann dürfte das doch recht erheblichen Gegenwind von Seite der Republikaner geben. Kommen wir zu einigen Unternehmen beziehungsweise Aktien. Fangen wir mit VW an. Es gab Gerüchte oder das Gerücht über ein mögliches Interesse am japanischen Nutzfahrzeughersteller ISOZOOM. Dem Vernehmen nach wurde auch ein Einstieg von MAN bei ISOZOOM erörtert. VW kommt ja nicht so richtig auf einen grünen Zweig in Bezug auf die Zusammenführung der verschiedenen LKW-Aktivitäten. Man ist Großaktionär bei Scania, man ist Großaktionär bei MAN und hat ja auch eigenes Nutzfahrzeuggeschäft. Bei der Zusammenführung kommt man hier nicht so ganz ans Ziel. Insofern wäre das nicht ganz abwegig, dass man hier vielleicht noch einen anderen Partner dazu nimmt, aber ist es andererseits auch angesichts der bisherigen Schwierigkeiten nicht so ganz wahrscheinlich, zumal auch ISOZOOM scheinbar eher nicht daran interessiert ist, unter die Fittiche von VW zu kommen. Und dazu kommt noch eine Besonderheit. Bei ISOZOOM ist auch Toyota hier als Großaktionär mit dabei, mit etwa 6%. Eine andere Baustelle, wo es ein Stück weit ähnlich aussieht wie bei der Nutzfahrzeuggeschäftszusammenführung, sagen wir so, ist die Zusammenführung mit Porsche. Auch hier hakt es ein wenig oder beziehungsweise man braucht doch relativ lange für diese Zusammenführung. Bleiben wir in der Branche, in der Kraftfahrzeugbranche, sagen wir mal, schauen aber auf Daimler. Heute ist die Aktie schwächer mit 1,82% vorhin gewesen. Optisch ist es ein Minus, faktisch ist es kein Minus, denn gestern war Hauptversammlung und es wurde die Ausschüttung einer Dividende von 1,85 Euro je Aktie beschlossen. Das heißt, wenn man um diesen Effekt diese Kursentwicklung bereinigt, dann sieht es bei der Daimler-Aktie heute sogar recht gut aus. Aktie im Fokus auch Commerzbank. Sie haben ja wahrscheinlich mitbekommen, dass hier umfangreiche Kapitalmaßnahmen im Rohr sind. Eine Maßnahme war eine Pflichtumtauschanleihe. Auf diese Weise hat man etwa 4,3 Milliarden Euro an Bord holen können. Das war mehr, als man das eigentlich erwartet hatte oder geplant hatte. Commerzbank ist in umfangreichen Kapitalmaßnahmen, an deren Ende die vorherigen Altaktionäre, die regulären Aktionäre würde ich mal sagen, stark verwässert werden. Insofern ist die Kursentwicklung zuletzt auch nicht so verwunderlich. Aber was man ein wenig im Hinterkopf behalten sollte, bei der Commerzbank-Aktie gibt es ein sehr erhebliches Short-Volumen. Also Aktien, die in Erwartung fallender Kurse verkauft worden sind, später aber irgendwann wieder zurückgekauft werden müssen, eingedeckt werden müssen. Und das kann dann schon irgendwann in den nächsten Wochen für einen recht starken und steilen Aufwärtsschub sorgen, der möglicherweise nicht nachhaltig sein wird, aber eben doch spürbar sein wird. Das Timing ist nur etwas schwierig zu greifen. Bei so einem, ja ein Stück weit künstlichen Faktor für die Aktie. Die Aktie heute Morgen im Plus mit etwa 1,7 Prozent. Weiteres Unternehmen Wirecard. Hier gab es Zahlen für das Geschäftsjahr 2010. Beim Umsatz legte man um 19 Prozent zu auf 271,6 Millionen Euro. Beim EBITDA kam man um 21 Prozent, also leicht überproportional voran, auf 73,3 Millionen Euro. Das verwässerte Ergebnis wurde hochgefahren von vorher 0,45 Euro auf 53 Cent je Aktie. Geplante Dividende 10 Cent für 2010 und der Ausblick für 2011 wurde zumindest beim EBITDA bekräftigt. Diese Größe soll landen bei 81 bis 89 Millionen Euro. Es geht prinzipiell in Ordnung. Die Aktie hat nach dem Ausbruch zuvor in der jüngeren Zeit einen kleinen Pullback absolviert, ist aber weiterhin eine interessante Position. Wir hatten sie ja auch im Frankfurter Börsenbrief bereits thematisiert. Damit sind wir beim Terminkalender. Schauen wir hier kurz rein. Angesetzt war bzw. ist für heute Deutschland die Wachstumsprognose der Bundesregierung. Ferner 14.30 Uhr USA Erzeugerpreisindex März und USA Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe für die Woche bzw. das ist der wöchentliche Wert hier für die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Was macht man strategisch mit dem Markt? Im Prinzip das Gleiche, wie das in den letzten Tagen auch schon galt. Der Markt ist nach oben gelaufen. Er ruht sich im Moment ein bisschen aus. Das ergibt eine Zappeltendenz in den nächsten Wochen. Keinen großen Verkaufsdruck, aber schon auch wahrscheinlich noch einen DAX leicht unterhalb von 7.000 Punkten. Das heißt, die grundsätzliche Kauforientierung bleibt auf der Kaufseite bei Positionen und schwache Tage sind entsprechende Kauftage. Allerdings bitte nicht in die Breite hinein investieren, sondern selektiv da, wo es Sinn macht. Und das war es für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Börsentag. Ihr Walter Tissen. Vielen Dank.